Ich bin der Sandro Espositor, ich bin 29 Jahre alt, arbeite seit elf Jahren in der Schreiner Group. Mein Name ist Ur Erdentsch, ich arbeite in der Druckform Herstellung, arbeite bei der Firma Schreiner seit 1983. Alter Hase, kann man sagen. Ich habe als Verpackungsmittelmechaniker meine Ausbildung gemacht, die ging drei Jahre lang. Man arbeitet in der Forschung, Entwicklung, was wirklich sehr interessant ist. Man kommt in den Musterbau, man sieht das Lager, man macht Versuchsaufträge. Ich habe das ganze Haus gesehen. Die Kollegen akzeptieren sich, helfen sich, sind aufgeschlossen, sind wirklich ein super Team. Ich wollte etwas Moderneres machen und habe mich dann intern beworben für eine Stelle als Flexordrucker. Ich fand es gut, dass mir die Möglichkeit einfach so gegeben wurde. War eine neue Herausforderung. Die neuen Mitarbeiter können auch auf mich zukommen und bekommen eben Unterstützung und Information, Hilfe, je nachdem. Selbstständiges Arbeiten gefällt mir dort sehr gut. Also man bekommt nicht dauernd irgendwas vorgeschrieben, sondern kann sich viele Sachen auch selber einteilen. Auch mit den Kollegen bin ich sehr zufrieden. Es macht Spaß reinzukommen, dass man auch mal so eine Minute hat, wo man über private Sachen redet. Das Gesamtpaket, sage ich mal so. Es ist eine sehr positive, gute Umgebung. Man kann oft zusammen lachen. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter, der Kollegen, die Haltung der Firma gegenüber den Mitarbeitern. Man fühlt sich auf jeden Fall sehr gut aufgehoben und bestätigt. Ich würde es sogar sehr empfehlen, sich hier zu bewerben. Es ist ein schöner, sauberer Arbeitsplatz. Man hat sehr viele Herausforderungen. Man ist gut aufgehoben bei den Kollegen, ja, genauso bei den Vorgesetzten. Unsere Siebdruckformen zum Beispiel, die werden mit einem umweltfreundlichen Mittel gereinigt. Somit haben wir die Möglichkeit, auch sehr viele Lösemittel einzusparen und damit auch unsere Umwelt natürlich was Gutes tun. Rückblickend, muss ich sagen, hatte ich eine sehr gute Zeit hier. Ich habe also nichts, bis heute nichts Negatives erlebt in dieser Firma. Man wächst mit. Man wächst mit. Also ich habe das in den letzten elf Jahren sehr, sehr stark gemerkt, ja, wie es halt gefördert worden wird. Egal, ob es Schulungen waren oder Weiterbildungen. Wenn sich die Umstände nicht ändern, was ich nicht vermute, dann werde ich natürlich auch selbstverständlich weiterhin für die Firma Scheiner tätig sein. Auf jeden Fall mit sehr viel Freude. Ich würde mich wieder bewerben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.